Musik Moment! Also gedacht, es ist so, der junge Meister kommt von hier rechts auf die Bühne, geht zweimal um diesen Block, stellt sich drauf, dann fällt der Beuch links die Treppe runter, wird aufgefangen von Monika und Erwin Isenach. Die tragen ihn zu seinem Publikum. Hier nimmt er den Applaus entgegen. Musik So viel Zeit wird sein. Musik Herr Fröniger, an dieser Stelle müsst ihr dann auf der Bühne sein. Auf einmal wird Himmel blau und dann ganz plötzlich wieder grau. Man schneit, man schwingt und schreit, man schneit die ganze Zeit. Wenn er noch erklärt, ich bin nicht gleich Schwarte, wer ist es dann wieder gewesen? Die Hosen wurden gefunden. Ach, wo waren sie denn? In einem Karton mit der Aufschrift Das deutsche Volksmusikensemble in Lupataba. Ja, die lieben Kühe, machen keine Mühe, gehen stets um ihn zu holen. Ja, die lieben Kühe, machen keine Mühe, gehen stets um ihn zu holen. Wenn ihr hier auf Furchtabschiffen wollt, bitteschön, das ist eure Sache. Auch dann müsst ihr euch einen anderen suchen. So!